Ich habe Mittagsschlaf gehalten und plötzlich ist da schon wieder dunkel geworden. Aber der ganze Raum hier ist verräuchert und mein Gehirn schwappt rum. Da fühlt es sich so an, als wenn so ein Stück, wie heißt das Ding, Schleifpapier durch mein Gehirn da gekratzt worden sind. Was ist mein Gehirn, wenn man mein Gehirn auslöffelt würde? Die Verspeisung wird gebraten. Fressen ist fertig. Ich muss aber auch perfekt ziehen, also ich muss noch ein bisschen warten. Ich habe dich. Guck mal, das hier, das ist mein Tarp und mein Tarp hat hier einen Riss. Und wenn es regnet, dann spritzt du Wasser auf meinen Kopf drauf und so weiter. Und deswegen wird das jetzt repariert. Guck mal, guck mal hier, wir haben hier 42 Grad haben wir jetzt. 42,2. Das ist unsere Raumtemperatur. Das ist richtig geil. Was machen Sie auf meinem Frühstück? Hören Sie auf mein Holz zu zerballern? Es muss sein, wir brauchen Hitze. Da muss noch viel mehr heiß kommen. Guck mal, guck mal hier. Hier werden Sachen getrocknet. Handtücher und sowas. Die sind befeuchtet.